Die einst siebtgrößte Container-Reederei der Welt, Hanjin aus Südkorea, soll als Folge ihrer Insolvenz vor fünfeinhalb Monaten endgültig abgewickelt werden. Das Bezirksgericht in Seoul kündigte offiziell die Auflösung des Unternehmens an. Das bringe mehr als das Geschäft der früher größten Reederei des Landes weiterzuführen. Die Containerschifffahrt leidet unter Überkapazitäten. Die Pleite hatte weltweit bei Schiffseignern, Häfen und Händlern große Unsicherheit ausgelöst. Zahlreiche Hanjin-Schiffe mussten auf offener See warten, weil ihnen die Zufahrt zu helfen verweigert wurde.